Okay, let's go! Bidding Sender Ein Verfolger, was? Das kommt wenig überraschend. Mit diesem Typen mit dem Schlepptau kann ich nicht zu Jun, was soll ich machen? Will die Polizei da nicht mit reinfliegen? Irgendwie muss ich den Typen abschütteln. Folgt er mir denn auch hier hoch? Wenn ich versuche direkt an ihm vorbeizugehen, wird er mich einfach wieder verfolgen. Ich glaube aber, ich habe genau die richtige Tarnung, die helfen kann. Ich kann mich doch nicht tarnen. Kann ich nicht tarnen? Also die Drohne kann ich nicht nutzen. Tarnung Ich kann mich tarnen. Tarnung 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 wenn man, wenn man es muss. Oder geht das sogar... Das muss natürlich sein. Schau, Dwarven! Ich mag seinen Kampfstil. Hier kann er nicht entführt werden. Aber ich glaube, selbst das würde die nicht abschrecken. Was ist das? Was ist das für mich? Ich bin ein wenig Dank. Ich habe nur ein wenig gemacht. Mein Mann ist der erste Yakuza. Ich kann es nicht so schön sehen. Was ist das für mich? Was ist das für mich? Das ist das für mich. Was ist das für mich? Ich habe mich geholfen, weil ich mich nicht so helfen. Wenn sie sich mit einem Schwerken anbieten, dann kann ich mich nicht mehr schlafen. Du bist, woher ist dein Haus? Hä? Warum? Ich werde dir, dann gehöre ich mich auf. Ich habe mich nicht so verletzt, dass ich mich nicht so verletzen. Ich habe mich nicht so verletzt. Es ist nicht so, was ich? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich will nur eine Person. Wenn meine Mutter kommt, dann ist das gut. Was ist das? Was ist das? Ich werde mit dir gehen. Das ist das, was ich. Ich habe mich für die Angelegenheit. Ich glaube, die Angelegenheit der Angelegenheit ist ... Oh! Ich bin mir der Fall. Was machen wir? Ich bin in der Fall. Oh, du hast... Du hast es schon mal verletzt, wenn du etwas verletzt hast. Du wirst dich so glücklich. Du wirst dich so glücklich? Du wirst dich so glücklich. Du wirst dich so glücklich, dass du das blitzig. Du wirst dich so glücklich. Was ist das? Was ist das? Nein! Das ist nicht so! Ich glaube, er ist nicht so, dass ich nicht so, was ich. Ich habe nur noch ein paar Wochen nach Hause gebracht. Ich habe es nicht so, dass ich nicht so, was ich zu Hause kam. Das war's für mich. Ich hatte mich nicht so viel zufrieden, aber ich glaube, dass ich jetzt einfach nur ein Verlangen bin. Ich glaube, dass ich nicht mehr so sein, dass ich nicht mehr so sein kann. Ich glaube, dass ich das so richtig ansteckend bin. Ich glaube, dass ich nicht so sein, dass ich eigentlich nicht so sein, dass ich nicht so sein. Ich habe schon mal gesehen, dass ich nach meinem Kind nicht so verließe. Was ist das? Warum ist mein Vater? Nein... Aber... Das ist das, was ich für mich. Wer ist mein Vater? Das ist mein Vater. Das ist mein Vater. Aber das ist nicht nur das. Ich habe immer noch mal die Frau, dass ich mich für einen Mann zu treffen. Was ist das? Hallo. Ich bin ein Mensch. Ich habe die Geschichte geschrieben, dass du nicht so gut ist. Wenn du nicht so gut bist, dann ist er immer wieder, dass du nicht so gut bist. Ich habe die Geschichte zu sehen, dass du nicht so gut bist. Ich habe mich so gut erwartet. Ich habe mich so gut gehört. Aber ich habe mich so gut gehört. Miki-Ko ist so... Ja. Ja, deswegen habe ich mir gedacht, dass dieser Mensch sein kann, wenn dieser Mensch sein kann, dann wird es sicher sein. Ja, Jun, was ist das? Vielleicht wollen Sie als Yakuza sein? Ja, ich habe es geschrieben, dass Sie so haben. Das ist doch ein ganzes Wort. Ich habe das Problem. Aber ich habe die Yakuza nicht gewusst. Ich habe auch die Yakuza nicht gewusst. Sie werden noch in Zukunft wählen. Was ist das für die Yakuza? Oder für die Mutter? Was ist das, was ich? Obwohl, dass ich mich nicht so sagen kann, dass ich das gleiche sagen kann. Ich bin ein starker Mann. Ich bin ein starker Mann. Ich bin ein starker Mann. Das ist wichtig, Jun. Das ist hier. Was ist das? Ich kann mich nicht verstehen, dass ich mich nicht sie so sagen kann. Wenn ich mich nicht so sagen würde, erzählen, dass ich mich nicht so sagen kann. Ich kann mich nicht verstehen, dass ich mich nicht so sagen würde. Das ist gut. Ich bin dann gut. Aber ich kann mich nicht so sagen, dass ich die größte Manns nicht so sagen kann. Oh! Oh! Und jetzt, wie machen wir das jetzt? Ja, das stimmt. Wir werden jetzt zurück in die Arbeit. Ich weiß nicht, dass du von der Beobachtung von der Beobachtung kommt. Oh, das stimmt. Oh, geht's? Guck mal, hier scheint es keine Nebenmissionen zu geben, ne? Oder erre ich mich? Hm. Ah, tot. Boah, ich muss mich mal hier auffrischen, essen. Mein Leben sieht nicht gut aus. Jetzt bin ich zum Essen hier. Ich hätte gern das, das, das und das. So, dann können wir weiter. Aber, ich finde das eigentlich mal gut, wenn es keine Nebenmissionen gibt. So kann ich mich auf die Story konzentrieren. Ah, trautes Heim. Kann man das Heim nennen? Ich meine, ist das Detektivbüro. Irgendwas fühlt sich nicht richtig an. Aber was ist das? Was ist mit dieser Postbox? Ne, ist keine Sonderlieferung oder so. Keine Jobanfragen. Wen wundert's? Zigaretten eigentlich nichts, was zur Dach blicken sollte. Aber, tack, war nicht im Büro. Das kann also nur heißen... Hm. Könnte schwören, ich hätte etwas gehört. Ist jemand da drin? Vielleicht sind es bloß Hausratten. Ich sollte mir sauber machen. Nein. 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 Das ist jemand. Ich gehe alleine. Du bleibst hier. Hm? Was ist das? Oh, du bist eine Kiste. Was ist das? Woher? Ich gehe jetzt nachher. Ich gehe jetzt nachher. Ich gehe jetzt nachher. Ich habe mich nicht so überrascht. Können Sie sich nicht oder? Und was ist das? Ja. Ich habe mich amいる, wenn Sie in den Augen haben. Nämlich nicht. Oh, nein? Tja? Ich habe eine Kiste. Ich spreche, dass sie um etwaslasmasch. Das ist doch... Das都是 ein Einfluss des Angegeners. Diese Idee hatte ich vorhin auch, dass ich jetzt mit der Drohne aktiv werden muss. Gut, gucken wir mal, was sich da jetzt so hinter befindet. Drohne, let's go. Das ist mein Büro, ne? Sienna an! Oh, wasser? Nach dem Bezug. Das war's für jemanden. Ich habe gerade gesagt, dass ich die Klage geführt habe. Oh, wir kommen sofort hin. Ich habe keine Klage geführt. Hey, bitte bitte, die Klage. Hey. Das ist ein Schmerz. Was ist ein Schmerz? Was ist? Wenn du ein Schmerz in die Schmerz in die Schmerz verabschiedet hast, dann kann ich nur ein. Aber... Ist das ein Schmerz? Ich habe ein Schmerz in die Schmerz, und ich habe einen Schmerz mit dem Schmerz. Ich habe mich mit dem Schmerz. Warum machen die das? Ich habe den Zettel gefunden, den ich vorhin erwähnte, Herr Detektiv. Oh, tatsächlich. Er ist Doktor und lebt in Shiba. Er heißt Yasutaka Shirakaba. Seine Telefonnummer lautet 04X45XXXXXX. Ganz nix. Bloß keine richtige Telefonnummer, ne? Jetzt fällt mir auch ein, dass er nach der Frau auf dem Foto suchte, das sie mir vorhin gezeigt haben. Sagte, dass sie etwas mit dem Kamerotheater zu tun haben könnte. Danke, gute Frau. Das hilft mir weiter. Ja. 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 Das ist ein Handwerk. Sie hat mir auch eine Beziehung. Was ich weiß, was du? Ja. Ein Jahr lang vor dem Mikiko zu suchen, hat er sich als醫zentrum. Sie hat mir auch eine Telefonnummer. Sie hat eine Beziehung. Sie hat eine Beziehung. Ich glaube, dass ich die Telefonnummer nicht so sehe. Wenn ich die Telefonnummer auf der Internetseite kenne, dann... Das ist die Homepage. Das ist ein ... ... der Siva-Sivon-Sivon-Sivon-Sivon-Sivon-Sivon-Sivon. Wenn ich hier bin, dann geht's meine Mutter? Das ist es. Oh, ich gehe jetzt. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020